So, ich sag herzlich willkommen hallo Jeder der jetzt den letzten Parts kennt, der weiß worum es geht Ich hab hier gerade ein Problem mit meiner Tastatur, die liegs falsch Also die liegs sonst anders und jetzt irgendwie nicht Ach Bullshit So, ich hab irgendwann mal Musik laufen Wow, und ich treffe ausnahmsweise Ich hab auch einen Stoppo laufen und ich nehm eigentlich nur auf Und zwar zu so einer Zeit, weil ich Art of Parts bin Ich lade gerade den... Ja, den neuesten Part hoch, also derjenige der voll dem hier ist Den lade ich gerade hoch und Jetzt Nehm ich auf, weil ich echt sonst nix mehr hab Und ich versuch mich ausnahmsweise mal vernünftiger anzustellen Hoffentlich funktioniert es so wie ich es mir gedacht hab Natürlich tut's nix Verdammt Ja, ich... Part 16! Das hier ist Part 16! Ja, jetzt... Okay, das ist jetzt definitiv anders gelaufen als ich es mir gedacht hab Ich hab bei mir definitiv die Musik zu noch gedreht Ich hab bei mir definitiv die Musik zu noch gedreht Kann jetzt eben noch sein, dass es bei euch halt Ich hoffe mal, dass ich das verhindern kann Oh, kommt dann, stirb endlich Ach, verdammt Ach, verdammt So, der ist weg So, ein bisschen neue Munition ist aufgehoben Und er ist eliminiert Schnellspeichern bringt nichts, sonst würde ich es ja nutzen Weil, wenn ich das jetzt hier drücke Bringt mich das trotzdem keinen Schritt voran Auch wenn jemand von euch weiß, wie man das Problem lösen kann Dann wär ich gern dafür bereit Und wenn ihr das Lied jetzt nicht hört, was ich hier hab Das ist leider noch nicht die komplette Version Da fehlt, soweit ich weiß, ein Stück Und das ist jetzt auch aus einem... Jaja, wie sag ich das jetzt? Game Trailer Rausgeschnitten Das handelt sich hierbei um... Verdammt, kann ich grad nicht sehen Ich glaub, A Lonely Zone von irgendjemandem Wenn der Dienstag nicht herrlich ist, können wir dieser Version 1.5.02 abbrechen Der Glorchino ist so groß Also ich hoffe, das reicht jetzt erstmal so, zum Verstehen, was ich grad hör Also, und wenn jemand von euch weiß, wie ich da an die längere Version rankomme Ob irgendjemand ne weiß, wo ich die CD herkrieg oder so Also irgendwie... Von mir auch über rechtlich ist egal im Weg Die Kohle bin ich ruhig bereit zu zahlen Also ich wär richtig scharf auf das Lied Es gibt selten die, auf die ich wirklich scharf bin, aber das ist eins Von denen Ihr habt ihn auch gesehen, oder? Ich hab ihn echt noch erwischt beim Drehen Am Kopfhänden echt noch den... den schönen Kerl erwischt Schön Ich würd jetzt so gern das machen, aber es bringt ja nichts Oder sollen wir's nochmal mit einer Granate versuchen? Schauen wir mal, dass das funktioniert... Nein, hat's nicht Aber wir sind weiter als beim letzten Mal, ich hab ihn diesmal erlegt Wow, werd ich mal... Ach komm, nee Ich hab noch eine Menge anderer interessante Artikel, die ich Ihnen präsentieren kann Sind wir einen Schritt vorwärts gekommen? Das macht mir hier grad doch sehr angst, der... Raum Na toll, ich zieh wieder Schritte Hä? Ich hab auch neben mir eine Stoppo laufen Das heißt, ich nehm wirklich nur die Zeit für den Part jetzt auf und dann... Was ist auch hier mit dem... Video? No no no..... No 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 no... The biggest Bullshit of Life Die... gefangenen Brechnerd hat's auch schon aus Leiter! Ich wollte mich eigentlich an der Leiter festhalten, aber ... ja ich bin jetzt nicht gestorben und hat's level hinter mir halleluja ich lasse es hier extra laufen weil das beruhigt mich irgendwie und das wird jetzt sofort gespeichert echt ich bin kurz davor zu sagen okay das ist jetzt ein richtig kurzer part aber das mache ich jetzt nicht zumindest bin ich jetzt einen schritt weiter und kann auch mit straßenwissen sagen ich hab mir die peck wir haben Brände, neues von Andesie-Patienten? nein nichts mein gott johansson ist außer sich ich ertrag's nicht mehr ich geh nach hause sagt euch dass meine frau entwindet oder dass mein gut will einen nervösen antrag aber ich dachte ich kann ihn in die presse einschlagen ich glaube ich hab gerade die Orientierung verloren ne jetzt glaub ich nicht mehr ich weiß es also ich bin jetzt gerade echt ratlos da darf ich nicht rein da darf ich nicht rein da bin ich gerade durch der polizist vielleicht so eine karte verloren die ich jetzt brauche ach ne da hinten liegt die karte entschuldigung habt's übersehen das funktioniert die karte da nicht bewachungsmonitore? ernsthaft na toll da hab ich wieder wachmänner da nicht und da ist gerade ein Krankenwagen weggefahren dann wird die gute frau wegsnipern ne sowas machen wir ja nicht wir messeln na verdammt jetzt gerade guckze da können wir nicht laufen schön das heißt sie dürfen uns erschießen aber wir dürfen uns nicht wehren ähm ach da steht er gut dass ich das jetzt auch weiß super wir sind im Krankenhassen aber kein einziges Medifact ne super wir sind im Krankenhassen aber kein einziges Medifact ne na reicht doch oder wir sind jetzt auf jeden fall schon im nächsten Level und wir wissen ungefähr was wir zu tun haben ich bin absolut müde und das eigentlich schon seit 10 Uhr ich musste warten bis das verdammte renderprogramm fertig war und sobald das fertig war hab ich sobald den Upload begonnen und direkt nach dem Beginn des Uploads hab ich mich hier vorgeschmissen damit ich die Aufnahme mach und jetzt haben wir die Aufnahme ich bin zufrieden ich bin glücklich ich bin müde ich leg mich jetzt hin ich hab morgen Schule also praktisch heute schon weil wir haben ja Nacht ja und ich hab morgen auch Schule also yay ich bin ein Schulkind yay und auch nee ich muss ja praktisch noch einen zweiten Part aufnehmen ja egal mach ich dann ein andermal morgen so während einer Freistunde oder morgen Nacht da wieder wo ich fitter bin aber nicht jetzt also ich sag weil es bei mir jetzt grad passend ist gute Nacht wenn ihr es euch morgens anguckt guten Morgen mittags guten Tag schönen guten Abend gute Nacht je nachdem wo ihr grad seid ich hab mich angesprochen was grad passend ist ok da hatten wir schon im Portal die Regenung also tschüss tschüss